9. März, ich glaube, ein Tag nach dem Geburtstag von Timo Boll, erstmals im Jahre 2024 im Fürder Südstadt, nein, Südpark, Südstadtpark ist ja der andere, mit Wladimir. Habt ihr eine Minute? Ja, kein Problem, wir warten. Wenn die Kamera läuft, bietet nichts. Vorführeffekt. Arbeit. Jetzt bestimmt noch die Nüsse an die Handregenden. Ich bin nicht beschädigt. Ende gut, alles schlecht.